Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute in der Gemeinde Krommlauer unterwegs und nehme euch einmal mit auf eine kleine Runde durch den Krommlauer Park. Ich zeige euch unter anderem die Basaltorgel und die Ragots Brücke. Das ist die berühmte Sie wurde 2020 neu modernisiert. Gleich daneben seht ihr die Basaltorgel. Ich bin heute in einem kreischen Kamm. Ich bin heute in der Kühe auf Nürnberg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Trommlau